Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in unserer Hauptstadt und schaut euch mal diese massive Stadt an. Das ist ja wirklich krass, wie es wirklich gewachsen ist einfach. Das sieht man erstmal so richtig, wenn man den Nachtmodus einschaltet, ne? Krass auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt direkt einfach mal weiter. Und zwar, jawohl, finanziell sieht es wieder gut aus. Da können wir mal die Bildung wieder ein bisschen minimal hochschrauben, so. Und ja, wir wollten einfach weiterbauen, würde ich sagen. Und ja, dann machen wir das einfach mal. Wir sind echt kurz vorm Ende. Und ich bin echt aufgeregt, was das angeht. Ja, das wird krass. Okay, aber alles weitere später. Wir machen 4x4 Gebäude. Genau, machen hier einfach mal ein paar Wohnungen. So, Freude. Da machen wir einfach direkt mal weiter. Weil wir hier die Sachen... Ach, jetzt macht der wieder... Noch einmal. Jetzt macht das wieder so. Aber ist in Ordnung, weil... Da... Da vorne wollte ich eh Bushaltestelle und Wohnstationen machen. Von daher... Ja, passt das schon. Bushaltestelle, Bushaltestelle... So... Bahn... 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 Direkt wieder in den Flow hier, tatsächlich. Neue Aufnahme-Session, neues Glück, sage ich einfach mal. Hier kommen wir leider nicht rüber. Schade. Aber ist erstmal nicht schlimm. Ganz genau, Freude. Wieder an diesem Sonntagnachmittag. Ganz klassisch hier. So wie ihr was von mir kennt. Und... Können wir zufälligerweise einen Strand hinbekommen? Naja, das wäre zu schön gewesen. Okay. Egal. Dann machen wir einfach Parks hin. Jawoll. Wir sind schon wieder die Gebäude. So. Grünflächen einfach nehmen. Ganz genau. Da kommen sie auch schon. Das macht Spaß. Freunde. Das macht einfach Spaß. So. Wir haben Nachfrage nach reichen und armen Bewohnern. Okay. Ah, lass uns mal schauen, ob wir hier... Boat. Ah, deshalb. Okay, die haben kein Wasser mehr. Okay. Die haben kein Wasser mehr. So, jetzt aber. Nicht aber krass, dass er trotzdem die Gebäude gebaut hat. Ah, da fährt ein Schiff. Entschuldigung, da fährt ein Schiff einfach. Geile Fähre. Mit den Liegestühlen oben drauf. Das hat schon Stil, ja, muss man sagen. Okay. Ähm. So. Wollen wir das einfach so? Dann einfach... Womit geht das nicht? Womit geht das nicht? Ach, schade. Das funktioniert so tatsächlich. Ah, Mist. Okay, dann müssen wir einmal... Hä? Ah, okay, okay, dann halt so. So. Ausnahmsweise mal eine normale Straße hier hinmachen. Und genau, da würde ich vorschlagen, machen wir einfach weitere Wohngebiete hier hin. Einfach weil wir es können. Natürlich auch, weil wir Wohnungen brauchen. Alles klar. Wir brauchen mehr Einwohner. So, aber hier und hier. Oh ja, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Kaum habe ich eine Verkehrsanbindung da hier gebaut. Nicht wahr? So, dann hier einmal. Einmal miteinander verbinden. Und dann Parks mit Parks auffüllen. So, Freunde. Guck, wieder ein Geschenk. Das kann direkt weg. So, ja. Ähm, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe. Bei 174. Ähm, ja, wie es jetzt hier weitergeht. Und zwar schönen, schönen Hauptstadt. Ach, Gott. Wasser habt ihr doch schon. Aber Wasserleitung muss ich gleich auch mal nach unten ziehen. Tatsächlich. Ich will U-Bahn. So, U-Bahn. Alles klar. Ähm, und, äh, wie gesagt. Also, ich denke, wir sind in... ... fünf bis sechs Folgen sind wir da durch mit. Das könnte tatsächlich so kommen, ja. Und, äh, das würde ziemlich krass werden. So. Hier, zack, 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 zack. So. Alles klar. Dann brauchen wir tatsächlich... Wow, guck euch das an. Bildung habt ihr ja noch, ne? Ja. Ihr seid noch im Umkreis von Dellen. Umschulen, das ist gut. Luftverschmutzung ist auch wunderbar. Außer hier oben ein bisschen was, aber... Das kriegt man scheinbar nicht ganz. Ja, oder? Wartet mal. Kriegen wir das weg? Ich weiß nicht. Ich will erst mal nichts riskieren. So, das heißt, wir können die Bildung weiter hochschrauben. Das ist zu viel. So, passt das. Und, äh, genau, Freunde, dann müssen wir uns wieder um Jobs kümmern, hier. In Folge 82, glaube ich. Beide... Das ist schon viel, ja. Das ist schon ein riesiges Projekt, muss man sagen. So, wie kommt man denn am besten? Ja, da kann man dann ja... Ja... Ich muss einmal so, und dann kann man so, so rumfahren. So, wie kommt man dann hier hin? Ja, das ist eine gute Frage. Das ändert dann die ganze Straße ab. Ja, aber wenn man, wenn man dann, wenn wir die so machen, die Straße, dann haben die Leute, die hier sind und hier hin wollen. Ah, obwohl... Ah, Mist. Mist, das ist gerade... Äh, ein Fall, glaube ich, für eine Einbahnstraße, tatsächlich. So, ähm... Damit die Leute halt von allen Seiten hier hinkommen können. Versteht ihr, wie ich meine? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So. Dann haben wir hier einmal ein riesiges Gewerbefeld, wo auch Direktgebäude kommen. Sehr gut. Und, äh... Genau, die Bushaltestelle kann man ja an die Autobahn bauen, oder? Genau, die... Ah, nee, das geht doch nicht. Okay, schade. Ich hätte gedacht, dass das, äh, funktioniert. Dann lag ich aber falsch. Okay. So. Ähm... Ich komme hier einfach mal weiter hier hinter... Boah, schaut euch diese Gebäude an. Krass, ey. Richtig krass. Superstar. Pacifica Palm Hotel. Ja, geil. Einfach mal 800 Jobs. Ja, nice, Freunde. Richtig nice. Ähm... Können wieder die Bildung hochschrauben. Das ist gut. Das ist gut. Äh... Das ist mal... Ah, das ist wieder... Ist okay. Gut, ihr braucht nämlich auch noch eine vernünftige Verkehrsabindung hier vorne. Das heißt... Haushalt, Stelle, U-Bahn, Station... So, dann geht's direkt mit großen Schritten weiter hier. So, zack. So, dann machen wir einmal Bäume, Bäume. Aber ich glaube, ihr seid schon zufrieden. Naja, ja, ja, ihr seid zufrieden. Ähm... Ich hätte aber gerne tatsächlich... Fünfer. So. Dass ihr hier was hinbaut. Äh... Ach, ich weiß warum. Die Wasserleitung. Na? Nee? Geht noch. Es geht tatsächlich noch. Ähm... So. Okay, ich würde vorschlagen, dann legen wir dann mal die... Wasserleitung an das Ende. Tatsächlich. Freunde, ist es soweit. Wir sind am Ende angekommen. Mit den Wasserleitungen zumindest schon mal. Ha. Na, schön sparsam natürlich mit umgehen, ne? Ist klar, weil jede Leitung kostet. So. Ja, krass. Äh, wir sind an einer Ecke angekommen. So, Freunde. Dann. Ja, ich hoffe, dass es euch gut geht soweit. Es ist jetzt, äh, Anfang Februar. Und, äh, seitdem wir aus dem Urlaub wieder da sind, ist irgendwie... Ist das denn... Ist irgendwie die ganze Zeit, ja, einfach graues Wetter bei uns in Deutschland. Und das ist ja wirklich extrem. Ha. Und, äh, überhaupt nicht irgendwie sonnig oder so, sondern einfach nur grau. Ha. Das ist irgendwie depressiv. Aber... Ist okay. Ähm, das kennt man ja von unserem Land, nicht wahr? Scheiß Wetter. Heute auch wieder total depressiv grau. Ja. Aber was will man machen? Es ist halt so... Warum kommt hier nichts? Warum entsteht hier nichts, ne? Hm, merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. So, dann... Ziehen wir das Ganze mal so hin. Machen hier noch mehr Jobs. So, diesmal wieder. Kriegen wir 5er. So, 5er Jobs. Und, äh, da kommt jetzt wieder was, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut. So. Mal mehr mit Parks hier. Ja, ihr habt doch geschrieben, äh, euch gefällt dieser Nachtmodus sehr, sehr gut. Ähm, kann ich tatsächlich bestätigen. Der gefällt mir auch. Deswegen werde ich jetzt versuchen, den an jedem Folgenende, ähm, ja, einmal kurz einzublinden, dass ich damit nur auch mal sehe, wie die Stadt bei Nacht aussieht. So, und da kommen die Gebäude. Na endlich. Ich hab schon gewartet auf euch hier. So, jawoll. Ähm, ja, was ist das denn? Outdoor World. Cool, sehr sympathisch. So, das heißt, wir können die Bildung wieder hochschrauben. Auf 126, so. Es läuft. Freunde, es läuft wirklich. Also, das ist wirklich top. Es streikt auch keiner. Nö. Aber glücklich und zufrieden. Sehr gut. Ach ja, was ihr noch geschrieben habt in den Kommentaren, ähm, wollte ich euch auch nochmal kurz sagen. Ähm, das, was da letzte, in der letzten Folge, ähm, auf der anderen Karte passiert ist. Äh, 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 das war, ja, ich sag's einfach, wie es ist. Ein Kraftwerk ist in die Luft geflogen. Ohne, dass ich's gemerkt hätte. Und, äh, daran lag das tatsächlich, dass da, ähm, die ganze Energiekrise entstanden ist. Wisst ihr? Und, ja, hab ich natürlich nicht drauf geachtet, mal wieder. Ist klar. Ähm, ist immer bei solchen Geschichten bei mir so. Ähm, das geht mir irgendwie immer durch. Also, ähm, man hat wohl eine Benachrichtigung da gesehen. Aber, ja, ich schosse, wie immer, hab's ja nicht gelesen. Und, äh, ja. Das passiert dann, ne, wenn man die Nachrichten nicht liest. Ist wie im echten Leben auch. So, ähm, ich mach hier gerade ein richtig krasses, äh, neues Rom wieder. Auf. Ich glaube, ihr seid, ihr habt eine Verbindung, ne? Ja, ihr habt eine Anbindung. So, da kommt doch schon wieder ein Raketenhaushäuschen hier. Hehe, sehr cool. Ja, es geht voran. Es geht richtig krass voran hier. So. So, oh ja, doch schaut mal, wie sie alle kommen. Wow. Wir sind bei 2,8 Millionen Einwohnern. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Es ist ja der Bedarf auch da, ne? Das ist halt wegen diesem einen Mod, den ich da in der, vor meinem Urlaub eingeführt hatte, ähm, ist da halt die Nachfrage da. Aber, ähm, ich finde, wie gesagt, das hat man sich nach 80 Folgen oder so definitiv mal verdient, dass man da einen Mod benutzt, weil das... Ihr seht das, ne? Das ist richtig krass. Wow, ja. Boah. Guckt euch doch an. Wir machen nochmal eine andere Station hier hin für euch. So. Ja, Verkehrsanbindung ist hier sehr, sehr wichtig, den Leuten. Das heilestellt... Ja, ihr seht das, ne? Wie die Leute verrückt sind nach, äh, öffentlicher Verkehrsanbindung. So, sowieso. Das sollte ausreichen, erst mal. Und ja. So, dann einmal hier. Quer durch. Genau, und Querverbindungen hier rein machen. Ja, ich habe jetzt nicht, nicht mal so viele, äh, U-Bahn-Stationen, aber ich denke, dass es passt schon. So, ähm, es könnte reichen. Tatsächlich. Ja, wobei... Oh. Oh, 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 wir haben Blackouts. Das heißt, Nachbarschaftshandel, Energie. Die kaufen. So, aber da müssen wir hier die Bildung wieder runterschrauben, weil das extrem teuer ist. So, aber nicht weiter schlimm. Die Bildung, ähm, tut uns ja zum Glück nicht weh, ne? So, dann. Äh, ja, okay, da kommen sie ja. So, da oben ist ein Schengen, das können wir mal wegmachen. So, ich glaube, wir können sowieso mal, ähm, hier mal einen größerflächigen, äh, Räume-Trick machen. Ne, schau euch das mal an. Und ihr seid doch hier angebunden. Warum kommt hier nichts? Ich glaube, ihr wollt Parks haben, ne? Ja. Das kann sehr gut sein. Ja, wobei, wartet mich. Ich habe hier noch, äh, Parks vergessen. So. Ja, perfekt. Da oben auch. Da oben auch. Ja. Alles zu pflastern am besten. Jeden Platz hier nutzen. So, dann haben wir hier auch nochmal. Genau, seht ihr? Da kommen sie doch. So muss das sein. So, nicht anders, Freunde. Und ja, das macht schon Spaß, muss man sagen. Auch zuzusehen, wie wir... Oh, Bandagenbus. Ist das das neue Krankenhaus? Da oben schon wieder. Ja, sorry, dann... Äh, ne, das passt leider nicht. Ach. Habt ihr euch wieder anders überlegt? Hat er mit dem Streik aufgehört? Ja, okay. So muss das sein. Und, äh, ja. Das hier ist schon ziemlich krass, das Wohngebiet. Aber wir machen weiter. Wir machen einfach weiter, Freunde. Drei, vier, zack. Ah. Ähm. Ja, am besten machen wir das einmal. Einmal so dann. Die Straße. So. Können sie nur hier hin. Aber das passt schon. Das passt schon. Ähm. Okay. Wunderbar. Das heißt, da kann es hier weiter gehen. Und hier unten ist das Kartenende. Haha. Boah, in der nächsten Folge werden wir vielleicht sogar... Nee. Nee. Fertig werden wir noch nicht. Aber... Ähm. Es kann sehr gut sein, dass wir in der nächsten Woche dann... ...tatsächlich fertig werden. Oh mein Gott. Wow. Zack. 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 Ah, verdammt. Zack. Zack. Alles schön mit... Ah, nein. Alles schön mit U-Bahn-Stationen. Oh, zack. 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 So. Ah, es geht ganz... Das geht jetzt echt flott. Muss man wirklich sagen. Ich bin aber auch froh, dass dieses Projekt so zu einem guten Abschluss kommt... ...und dann das nächste Projekt folgt. Ja, es ist ja immer... ...wie immer in einem, äh... ...in der Karriere eines Let's Players. Das nächste Projekt kommt bestimmt. Ach, shit. Jetzt habe ich eins zu viel. Ja gut. Ist ja nicht schlimm. Da kann man da nämlich dann Parks reinmachen. Genau. So, Freunde. Jawohl. Jawohl. So, da habt ihr jetzt genug Platz hier, um euch zu, äh... ...um euch bereit zu machen. Drüben wird wieder telefoniert. Die Frau ist wieder am Telefonieren, falls ihr was hören solltet. Aber, ähm... ...ich hoffe ja, dass ich das gut ausgucke. So. Ja. Da streikt jemand. Lass mich raten, die Ärzte. Natürlich die Ärzte. Äh, okay. Das heißt, ihr kriegt hier ein neues Gerät raus. So. Das geht ja, das geht ja einfach, das Ärzte-Problem zu lösen. Das ist sehr merkwürdig tatsächlich, dass die Leute, die neu dazu ziehen, immer... ...immer mehr Ärzte brauchen, ne? Das ist irgendwie... ... obwohl ich alle Stadtverordnungen aktiviert hatte, die sich auf die Gesundheit beziehen. Ähm, ja, ist das alles ein bisschen komisch. Aber gut, äh... ...nicht weiter schlimm. So, das heißt, wir können hier den Bereich jetzt mit... ...Freunde... ...ääh, wir sind an der Ecke angekommen. Wow. Wir können hier den Bereich mit, äh, Gewerbegebieten zu pflastern. Wie heftig ist das bitte? So, ähm... ...zwei, drei, vier... ...wollen wir das jetzt so hoch... ...ah, nee... ...ähm... ...ja, wo... ...nee, ähm, machen wir das einmal so. Dann hier, zack... ...zack... ...genau. Da steht das Gewer... ...da steht, da steht das... ...der Grund ist schon fürs Gewerbegebiet. Zack, 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 schön, äh... ...im Stile von... ...Planwirtschaft hier. ...he, he, he... ...ja... ...das geht schnell, Freude, jawollski... ...jawoll, jawoll... ...ah, hier oben haben wir sogar 4x4, das ist gut. Haben wir hier nämlich... ...okay, hier haben wir 5x4... ...okay, he... ...wir sind in der Ecke angekommen, jawoll. Tatsächlich ist es soweit. Boah. Nach all dem, wo wir durchge... ...was wir durchgemacht haben in diesem Projekt, sind wir jetzt... ...endlich kurz vorm Ende. Okay, jetzt müssten die nur noch hier, ähm, einziehen natürlich, ne... ...beziehungsweise Geschäfte eröffnen. Ihr kriegt ja schon eure Parks. Jawoll, da kommen sie doch. ...ha, ha, ha, ha... ...sehr cool. So, freuen wir dann. Yes! Yes, yes, yes. Okay, Bäume, Bäume, Bäume. Ja! Guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh mein Gott, wir sind in der Ecke angekommen. Wie krass. Wie krass. Wie krass ist das bitte. So, Polizei. Ihr braucht... ...ja... ...nochmal eins hier hin. So. Wow. Okay, Freunde. Das heißt, hier der Bereich... ...ja, wir brauchen Wasser. Okay, das heißt... ...Nacherschaftshandel... ...Wasser... ... ...bitte nicht abstürzen, Spiel. Danke. Das wäre sehr ärgerlich geworden. Das wäre sehr ärgerlich geworden, irgendwie. Aha. Das Spiel da abgekannt wäre jetzt. So. Ähm. Wasser. 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 So, und dann haben wir hier noch mal Schriftshandel. Ähh. Wasser hier. So. So. Das ist einfach so. Und dann brauchen wir noch mehr Müllkraftwerke tatsächlich. Wo waren die nochmal? Hier. Genau. Da sind sie. Ach verdammt. 25.000 Dollar in den Wind gesetzt. Super, ne? Na ja, ganz toll. Ja. Gut. Nacherschaftshandel. Ähm. Ähm. Geht das nicht? Haben wir schon das Maximum? Okay. Energie. Was? Ich brauche, ich schalte Strom ab. So, Freunde. Hier die Geschichte. Das waren die Kraftwerke, die hier in die Luft geflogen sind. Ja. Ich meine, sieht das. Schau dir das an. Das hier hat nur noch zwei... Das werde ich mal ersetzen. So. Das hatte nämlich nur noch zwei Glühbirnen. Das heißt, dass das auch bald in die Luft geflogen wäre. So. Sonst sind aber alle topfit. Sonst sind alle fit. Ja. Das geht noch. Okay. Ähm. Gut. Dann können wir wieder in die Hauptstadt zurück. So. Und meine Fresse. Ja. Wir sind unten rechts an der Kante angekommen. Oha. 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 Und da kommen sie auch direkt. Hahaha. Ja. Schau dir das an. Wasserproblem gelöst. Und da kommen sie auch direkt. Wie krass ist das einfach. Ah. Was freue ich mich. Was freue ich mich, Freunde. Ach. Das ist so eine geile Stadt hier geworden. Boah. Echt krass. Richtig. Richtig. Heftig. So. Okay. Ähm. Was heißt hier oben. Ähm. Müssen wir auch noch ein paar. Pärkchen rein machen. So. Und hier hatten wir glaube ich auch noch so ein paar offene Flächen. Naja. Hier. Die brauchen dann einfach Parks. Wenn die nichts bauen. So. Gut. Ich frage mich allerdings, warum hier jetzt nichts Größeres erscheint. So. Ähm. Nein. Das wollte ich. Äh. Sorry. Das wollte ich jetzt zwar nicht. Muss ich vielleicht die Einwohnernachfrage schärfen. Ja. Äh. Große Plazas dann einfach. Große Plazas. Ähm. Ja. Wie denn am besten. Ah. Wo können wir die am besten hin tun. Hm. Ist jetzt eine gute Frage. Ich würde nur sagen. Das man eine da hin macht. Genau. Ach. Die Musik geht wieder ab hier. So geil. So. Ah. Ah. Hier oben vielleicht. Dass man da nochmal ein paar große Plazas reinmacht für die Einwohnernachfrage. Zack. 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 Jawoll. Da seht ihr das. Da kommen sie schon. Sehr schön. So muss das sein. Da haben wir auch nicht alles zugepflastert tatsächlich. Und äh. Ja. Irgendwie könnten sie hier ein bisschen was größer wachsen finde ich. Aber okay. Freunde. Ähm. Das ist schon gut so wie es ist. Es sind ja auch Hochhäuser ne. Es sind zwar kleine aber es sind auch Hochhäuser. So. Ähm. Ja. Nachfrage ist nach wie vor da. Irgendwer streit. Ah. Deshalb oder was. Dass ihr deshalb nicht kommt. Ja. Das kann äh sehr gut sein. So. Ja. Wunderbar. Freunde. Ähm. Das heißt wir können hier tatsächlich beim nächsten Mal weitermachen mit Wohngebieten. Weil jetzt in einer Sekunde klingelt meine Uhr. Ganz genau. Von daher. Ähm. Ja. Freunde. Würde ich sagen. Wenn euch diese Folge von SimCity4 gefallen hat. Dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und äh. Lass die Glocke läuten. Äh. Wird mich sehr freuen. Jetzt sieht's gerne weiter den Kanal. Ja. Ja. Und ja. Bis hier weiter. Jetzt sehen wir doch beim nächsten Mal. Und ja. Ja. Dann würde ich sagen wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Dach. Ja. 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 Ja.